Was geht ab, Leute? Wir sind wieder back in einer neuen Folge. Spider-Man remastered, Digga. Da unten ist ein Verbrechen. Da müssen wir ganz schnell hin. Tschüss! Oh Gott. Ah, falsche Halbzeit. Moment, ich muss wieder reinkommen. Moment. Oh Gott. Ja, perkeitest Timing wieder. Perfekt. Oh, Dicke! Nein, ich wollte auf den Dicken! Sehr gut Dicke geschmeißen, Nate! Zack! Wollt eigentlich das hier machen? Sind ein paar eingesponnen. Oh Gott, der will mich! Der kriegt mich! Finisher! Bam! Ich würd gern's nicht Doppelfinisher machen können, Alter. Das geht bestimmt irgendwie nicht. Mit irgendeiner Fähigkeit oder so. Oh Gott, falsche Taste wieder. Mann, warum fängst du immer die Tasten, Mann? Du bist es! Bestimmt nur wegen Assassin's Creed drin, oder? War das bei Assassin's Creed drin? Ja, jetzt bin ich nicht mehr. Ich bin gestorben! Nein! Nein! Hallo? Hä? War hier nicht grad ein Wortzeichen? Wartend Täter? Wartend Täter? Moment, weg mit dem Schmutz! Wartend Täter? 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 Oh, Einsatz! Einsatzleitung! Officer ist da! Mann, ich vergesse die ganze B zu drücken, weil ich einfach ausweich mit anderen Tasten vergleiche. Das ist einfach blöd. Ja, safe ist ja jeder Zweite vorbei hier, safe! Hey! Wollt schon wieder mit x-dodgen, Alter. Wieder mit x-dodgen! Mega! Mein Gott, Digga! Der anders glaube ich auch nicht mehr. Obwohl, bevor wir vorhin Fortnite gespielt haben, war ich gut drin, muss ich sagen. Danach, da war ich wieder raus. Oh, das reicht schon. Okay. Oh nice, wir haben auch die Bonusaufgaben gemacht. Sehr gut. Finish up! Zack! Zack! Finish up! Also, Finish, ne? Klar. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, der war schlecht. So, was haben wir jetzt alle, ne? Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Was ist denn das? Warte, da war jemand! Was geht ab, Mann? So haben diese Masken doch immerhin was... Boom! Boom, Alter! Yeah! Oh, das ist die Base! Komm an die Base, Leute. Bisschen Action heute in der Folge. Bisschen mehr Action mal wieder! Hatten wir heute, äh, in den letzten paar Folgen, ja, war Action nicht so. Das Ding war eher so Nebenzeug. Aber hey. Diesmal, diesmal müssen wir das Ding hier machen, oder? Mein Gott, Digga. Ich bin unbe- in der Kleine. Juri! Die Baustelle ist so legal wie die Uhren, die am Times Square verkauft werden. Für ein Hassbefehl reicht das nicht. Wenn du reingehst, dann auf eigene Faust. Also, wie immer? Ich will nicht respektlos sein, aber... Die drei Scharfsch... Moment, Moment, Moment. Nein! Ich will kurz lesen. Zieht perfekte Auswahl, wenn du über drei Scharfschützen lautlos erledigen. Kriegen wir hin. Oh Gott. Seh' mich doch nicht. Du Hund. Wird der Boss im Raft schikaniert? Machst du Witze? Das ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Kein Wunsch bleibt Affen. Die Typen da drin respektieren ihn, ja? Klar. Aber ich meine nicht nur... Nein. Hier, wartet, wartet, wartet. Wir können das hin, Leute. Ich will das zum ersten Mal komplett schaffen, um zu gucken, ob es dann wirklich abgeschlossen ist, oder ob wir das dann nochmal machen können. Nice. Aber der hat doch gar keine Sniper, oder? Für mich war das gar kein Scharfschütz, aber egal. So, für meinen Chat. Soll ich versuchen, so viele wie möglich lautlos ausschalten, oder sollen wir einfach wieder Rambo machen, Alter? Und reingehen? Was meint ihr, Leute? Was? Wie seht ihr das? Oh, verdammt. Zu viel dazu. Okay, ich scheiße auf Rambo! Ich hab's lautlos versucht, Leute. Es hat nicht geklappt. Zwei weg. Haben hier keine Waffen, Jungs? Ein bisschen low, oder nicht? Oh mein Gott. Die wurden ja anders gebankt. Zier perfekte Ausbildung, da brauche ich ganz für. Habt ihr keine Knarren? Mach das nicht bei mir! Ich bring dir Respekt bei! Okay, mach mal. Holt ihn auf den Boden! So, ein Schlag nochmal. Nice, ausgerissen. Perfekt. Okay, die haben Waffen. Perfekt. Oh Gott. Dann können wir uns ein bisschen auf die Umgebung achten. Vergesse ich. Irgendwie immer. Ja. Ihr seid zu spät, Leute! Keine Sorge! Ich hab noch jede Menge Facekicks übrig. Nice. Finisher. Wir müssen ihn aufhalten. Nice. Wirst du so einen halben Break denn sonst mal rausmachen? Das gefällt mir aber richtig cool, Mann. Was sollen wir dagegen tun? Nochmal. Okay, mit der Rakete ist es easy, Alter. Alter, kannst du einfach schon ein bisschen früher ausweichen. Und dann passt das. Nice. Bevor ich den mit der Rakete hole. Solange das easy ist. Wir müssen ihn aufhalten. Hast du keine Mully mehr oder was? Schieß! Nice. Echt jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Nice. Noch zweimal. Keiner macht den Kingpin ungestraft ärger. Ja, Kingpin ist ein knastiger. Ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartell-Scheinfirmen. Sie verschieben Drogen, ja? Nicht mehr lange. Perfekt. Noch einmal perfekt ausweichen. Ne, was ist eigentlich hier mit den Baustellen? Wenn ich die, äh... Wenn ich die, äh... Wenn ich die, äh... Ich bin nicht da hoch. Knallt ihn ab! Den schwingenden Spinner! Den schwingenden Spinner zeigt euch mal wo nachkneiden, oder? Na groß hatte ich noch mehr von denen! Leute! Fisk ist nicht hier! Ihr könnt einfach abhauen! Geh! Die arbeitet für den! Die abhauen uns nicht am Ass! Was? Was ist da gerade passiert? Ich will nicht respektlos sein, aber... Werden wir ganz normal weiter bezahlen? Wie kannst du das fragen und nicht respektlos sagen? Wenn lange... Ich meine ja, du, ich habe Kinder, ich muss unterhand sein. Naja, wir haben alle Ausgaben. Der Bus hat uns noch nie hängen lassen. Das wird ja auch nicht tun. Hey! Gute Nacht! Das fand ich nicht gut, Leute. Das finde ich jetzt nicht gut, Mann! Mann, Alter! Alter! Als ob ich da gerade gestorben bin! Digga, wie schreibst du denn weird, Alter? Das ist weird! Ich seh besser mal nah! Jetzt wirst du sterben! Du fliegt gleich mal in Runden, Kollege! Ciao! Ich hab echt was gehört! Hey, was hätte ich denn damit jetzt machen können, Alter? Den machen wir fertig! Mann, jetzt muss ich nochmal strutschen und so. Keiner macht den Kingpin ungeschafft, Ärger! Mann! also Perfekt, zack! Perfekt! Deutzt, zack! Ach, Mann! Digga! Da hat wer nicht... Ah! angschlaut! Ich bin dumm gestorben, man kennt mich, Alter. Die können halt auch nichts, das ist das Problem. Die haben mich aber lucky mit einer Kit erwischt. Ich muss immer ein bisschen aufbrechen, Leute. Zack. Nicht damit. Ihr seid zu spät, Leute. Keine Sorge, ich hab noch jede Menge Face-Kicks übrig. Oh, kommt noch ein neuer. Perfekt. Moin. Oh mein Gott, der Dodge war nice. Das war nur Glück. Das war jetzt nicht so schwer zu verraten. Mach das nicht bei mir. Hätte er das geschrieben und du hättest gesagt, du wärst es gar nicht. Das ist nur niemand anders. Dann wäre es vielleicht gar nicht so obvious gewesen. Aber du hast mir gleich geantwortet, ja. Achtung, erst in der Luft. Das ist schon ein mieser Tag für dich. Und Linie ist ein 1A Stalker. Also wenn du irgendwas rausfinden willst, dann musst du nur ihn tragen, Alter. Der findet alles raus. Das sorgt dich bis zu dir nach Hause, Alter. Sie verschieben Drogen, ja? Nicht mehr lange. Oh mein Gott, nice Drehkicks, Alter. Wie macht er das? Weiß ich auch nicht, Digga. Was passiert halt einfach? Oh, das war eine Rakete? Nein! Ich dachte, das war ein Ding. Leute, Wisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Stopp ihn! Was? Als dich nicht mit dem Kickwind anlegen sollen. In der Luft treffe ich ihn nicht. Jetzt gibt's ja... Hallo, was heißt es dir? Ich bin Opfer. Ich hab vorhin noch vorher mit den anderen gespielt. Also mit Moise und äh... mit... äh... ...Traumatic. Fällt dir das? Fällt dir das? Boah, als ich wär's gewesen, hätte ich jetzt in die Rakete getreten, Alter. Das wär nice gewesen. Boah, ich hab die Rakete getreten. Habt ihr's gesehen, Alter? Habt ihr den Kick mitgegeben, Alter? So, und jetzt kommt meine Erzfeinde wieder. Die Opfer da oben. Aber... Ich mach mal, was haben wir denn? Wir haben doch Schockpfeile. Ja, Pfeile vor allem, Alter. Schocknetze, Mann. So, einer weg. Zwei weg. Zwei weg. Stell dir mal vor, die würden wirklich in so Clown-Autos kommen. Das wär doch lustig. Das ist der Joker-Samee, eigentlich, aber... Das ist der Joker-Samee, eigentlich, aber... So, zack. Dann machen wir das halt so, wenn du nicht willst, Kollege. Dann ist halt Dodge und auf die Fresse, Kollege. Das war bisher ganz gut. Schön auf deinen Mate, danke. Wir hatten jemand geschossen. So, da hinten. So, komm mal her, Kollege. Du willst mir also auf den Sack gehen, dann... Schön flug, Digga. So, und rum. Zack, da, da, bam, weg. Wie viel kommen hier noch? Sieht doch langsam am Ende aus hier, oder? Step by step aller gekillt. Na, endlich. Liesene alle Ziele aneinander Basis ab! In Chief Man. Zuuuuu. ZÜ MIHIT Süß! Süß! Juri, ich habe hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designer Drogen. Sie warten schön abgepackt auf dich. Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis. Dankeschön. Bordfahren. Das ist ja jetzt immer noch... Silbe. Ich dachte das wäre jetzt Gold, ey. Mann, hat es ja gar nicht gelohnt, der Scheiß. Ja, toll. Ja, ist ja mega nice. Ja gut, Linie meint er. Es ist egal, ob ich die komplett mache oder nicht. Aber... Ich dachte, die werden halt Gold, ey. Mann, no. Was ist denn da eigentlich? Das war nur eine Nebenmission. Ah. Ach. Netzwerk aus dem Betrieb. Oh. Ich weiß, du hast unsere Verbrechenssystem-Türme gehackt. War ich nicht. Ich meine... Welche Türme? Ist mir auch egal. Ich brauche deine Hilfe. Jemand stört das System. Mit mehreren Störsendern, um den gesamten Frequenzbereich abzudecken. Siehst du mal nach? Hilf uns. Dann sage ich auch keinem, dass du uns gehackt hast. Ich habe euch geholfen mit dem Heck. Ich habe euch geholfen mit dem Heck. Ich kann das Signal der Störsender orten. Muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Alles klar. Ist ja nicht so schwierig. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Ja, gehen wir hin. Let's schwingen, Alter. Nice. Störsender sind nur auf hohen Gebäuden wirklich effektiv. Auf dem da oben vielleicht, ne? Man könnte meinen, das wäre das richtige Gebäude da hinten. Das hier, ne? Störgeräte funktionieren weiter oben effektiver. Ja, danke für den Tipp. Die stärksten Signale sind sicher auf den Dächern. Fisks, Leute. Oh, morgen. Überaus schub führend. Wem wundert das jetzt? Bleib doll. Boah, das war ein nicer Deutsch. Wohne ich dich. Vielleicht. Wo kriegt er das Zeug her? Haben ich gerade gehittet, die Schweine? Wohne ich denn? Darf geschieh dich in den Crossback. Die Nerven langsam waren schön hier oben. Lass euch nicht einschüchtert. Dann halten von den Netzen. So, einmal runter, bitte. Danke. Du stehst aber ganz ungünstig, mein Freund. Ciao. Und der Letzte. Ich hasse diesen Mist. Dann machst du nicht mehr. Du musst den Störsender ausschalten. Gar kein Problem. Nach all dem werde ich... Schlampiges Handwerk. All die Dinge. Ich habe gerade einen Störsender zerlegt. Hat es was gebracht? Nein. Aber wie gesagt. Es gibt vermutlich mehrere. Ergibt es? Ich werde sie suchen. Ich werde sie suchen. Wenn du einen Tycoon... Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten? Wenn du einen Tycoon Fortnite spielst, dann ist das immer so, Digga. Wenn du rausgehst, dann ist der Fortschritt weg, Digga. Das ist normal. Deswegen spielt man die eigentlich auch immer am Stück. Aber zumindest kenne ich keinen, wo es gespeichert wird. Man. Eine Störfaktion. Ich habe keine Ahnung. Zumindest nicht nach meinem Wissen. Zumindest nicht die geilen, die wir immer spielen. Sniper nerven, Alter. Zack, weg. Komm weg mit ihm. Die Sniper nerven! Lass sie mal kurz rankommen. Wenn ich hier ein bisschen Deckung habe, ist das wenig gut. So, wie kommen wir da am besten hin? Röverschwingen würde ich sagen. Wohl. Wo ist denn der Störse, ne? Ist das die hier oben, ne? Kann ich noch nicht zerstören. Ich muss erst die anderen ausschalten. Toll. Na dann rüber, dann. Na dann. Oh, ihr habt vielleicht ein Nerven, muss auf den Sack zu gehen, Jungs. Der kann nicht ewig da auf bleiben. Ja, du aber auch nicht, Kollege. So, hau ab! So, assi, ne? So, assi hier, die Jungs. Ciao, Alter. Was für nerven. Machst den Störse an da loswerden. Bin erst fertig, wenn der Störse. Manchmal ist Gewalt doch die Lösung. Und macht Spaß. Spiderman, es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Es ist undeutlich, aber da war irgendwas mit Fisk und Outfits. Fisk war der große Kingpin. Aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Welche Richtung? Ist doch richtig, hä? Auf welchen hohen Gebäuden im Viertel war ich noch nicht? Hm, ich glaub auf dem hier vielleicht. Weiß ich nicht. Na, da ist zumindest noch ein Störsender drauf, ne? Ich bin jetzt mal smart und mach die Nades. So, ich mach jetzt, ich bin jetzt mal smart und mach die Nades. Oh du Penner. Nimm das! Nein! Bei die! Das machst du nicht nochmal. Sehen wir gleich. Jetzt gibt's saures. Und Süßes auch. Halloween. Ich kann dir so ein paar Springnetze ins Maul machen. Das würde bestimmt schmecken, Kollege. So, der ist weg. Ah, das war's schon. Na gut, oder? Nice. Gut, das war der letzte. Das System sollte jetzt wieder laufen. Jetzt mal ein bisschen hier. Ähm, Mission eigentlich mal, wo? Seh ich hier gerade noch nicht. Toll. Das heißt, wir können theoretisch nochmal schnell nach hinten. Spider-Man, das Verbrechensystem läuft wieder. Sehr gut. Mehr Info über Fisks Männer oder die Outfits? Nein, aber das System meldet nicht automatisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich seh mal nach. Ich muss schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Warte, hab ich... Zähne das doch zu der Mission? Nö, ne? Oder? Du hast hier noch zu der Mission, ne? Gehen wir noch weiter? Moment, da muss ich immer nochmal ein Foto machen. Gehen wir hin, Leute. Moment. Ich verlasse die Missione noch gar nicht. Wunderschön! Ich bin auch schon auf dem Weh, Alter. Auf dem Weh to go, Alter. Na, jetzt wart ihr den abgeschlossenen Finanzbereich. Schmerkt. Ich wusste gar nicht, dass die Missione noch weitergehe. Wir sind fertig. Waffen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben. Es ist sicher nichts Gutes. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Da steht immer Spider-Man mit einem Sniper vor, Digga. Das wäre doch geil. War ja noch jemand da, ne? Okay, sehr gut. Idiot. Einer schon mal weg. Die stehen ja sehr praktisch, Digga. Einer guckt in die eine Richtung. Der Rest guckt Richtung Hafen, oder was? Was ist das denn? Stupid Guys, Alter. Okay, der eine, der hat aufgepasst. Vergesst die ganzen Upslandsflücken, Fighten. Fällt mir auch kaum mal auf. Oh nein, es ist Ghost Recon. Ja, wie gesagt. Wollt ihr auch mal irgendwann spielen? Ja, ich hab dich eingesponnen. Jetzt bist du am Ass, Kollege. Kommt der zweite, da war doch nur einer. Da kommt noch mehr. Verstärkung. Verdammt. Wo? Auf dem Schiff. Schweine, Mann. Der Schweinebeamann ist das. Verbruchs zeigen und dann ist das schon im Wasser. Mega. Haben wir. Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Sehen wir gleich. Auf jeden Fall, hier stehen die Schweine. Waffen. Werter Uniformen und falsche Ausweise. Sie werden tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Boah, krasse Spoilerlinie, Alter. Das geht ja gar nicht. Was? Peter Parker, Spider-Man? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Da sind übelst viele Fake Cops. So, ein Takedown. So schön. Mach weg. Schnapp die noch. So viel. Schnapp die noch. So. Schnapp die noch. Sehr gut. Du hast da ein bisschen Spinnen-Jit an dir, oder? Wasch dich mal, Alter. Machen wir alle, nice. Schmeckt. Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Bitte. Ich behalte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. Was? Okay. Oh, ein neuer Schnuckel, der 15, nice. Zu. Hier ist noch ein Rucksack. Oben. So. Mö, perfekt. Digga, dann ist der Bereich hier unten noch schon mal relativ clean, sind alle. Richtung Jürgen Cleanse. Wir können das Labor ja nochmal machen, dann sind wir hier unten zumindest schon mal fertig. Wie gesagt, ich mache das eigentlich immer nebenbei. Wenn wir da auf dem Weg irgendwo hin sind, aber... Komm, wenn wir jetzt hier ein Ding noch brauchen, dann nehme ich das schon mal mit. Scheiß drauf, Digga. Puh. Ich werde übrigens Far Cry Primal, wenn es dann wieder am Sale ist, mir nochmal holen. Ich werde das dann nochmal komplett durchspielen zum zweiten Mal. Eins der wenig spiele, wenn ich zweimal spiele. Graffiti wird zum Beispiel auch eins. Aber das hatte ich damals nicht fertig gespielt. Ja, natürlich. Nein, Sie haben alles falsch verstanden. Mein Mann wurde von Verbrechern in den Kofferraum eines Wagens gesperrt. Spider-Man hat ihn rausgeholt und die Verbrecher bei ihrer Rückkehr verhaftet. Die letzten Tage hatte ich wegen der völligen Inkompetenz meines... Nein. Ich wollte mir das noch weiter nicht hören. Oh nein, ich wusste nicht, ob ich da reingeh... Okay, schade, sorry, Leute. Ich wollte mir das noch fertig anhören. Egal. Hallo? Jetzt. Ich hasse eigentlich diese Umweltmission, aber hey, komm. Schade, denn ich. Die Station ist eins meiner Lieblingsprojekte. Das Mobilfunknetz ist meines Erachtens anfällig für terroristische Anschläge. Daher habe ich das hier zur Beobachtung aufgebaut. Tu's mir eingefallen, achte auf alles Verdächtige. Das ist klar. Es sind keine Terroristen, aber ein Defekt im System verursacht eine Störung. Und wenn ich mich erhebe, fällt das gesamte Netzwerk aus. Bisher ist nur die empfindlichste Ausrüstung betroffen. Wie meine. Ich darf nicht in die Störungsbereiche, während ich die Mobilfunkmasten repariere. Toll. Ich stelle die Linsen auf die Anzeige der Gefahrenzonen ein. Ich muss die Masten reparieren, bevor die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Ich stelle die Linsen auf die Anzeige der Gefahrenzonen ein. Ich muss die Masten reparieren, bevor die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Oh Gott. Die Größe des Problemgebiets schwankt. Ja, ah! Gott! Was für der Öl ist schlimm. Ich muss hier raus! Au, au, au! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Spidey! Oh Gott, Alter, das wird lustig. Ha, ha, ha! Einer weniger. Aber ich muss noch drei reparieren, um das Problem zu beheben. Was? Noch drei? Ich wollte sagen, primal werde ich dann auch nochmal, ähm, werde ich das nochmal spülen. Ich kann sicher an diesen Helikoptern schwingen. Es basiert so viel auf dem Mobilnetz. Krankenhäuser, Polizei. Ein Zusammenbruch wäre so schlimm wie ein Blackout. Beeilung. Bald fällt das gesamte System aus. Äh, werde ich den auch als Display holen, denke ich mal. Auch wenn ich das schon mal gespielt habe. Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott! Ey, 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 Ey! Drop Dich! Toll verplant, Mann. Och Gott! Oh Gott, ich muss mich hier, Leute. Geschafft, aber der Job ist erst halb erledigt. Na Damage Control passt, Digga. Nicht early, Alter. Ich wünschte, ich könnte das Problem für alle beheben, außer für Leute, die ihr Handy im Kino benutzen. Wer benutzt denn ein Handy im Kino, Digga? Außer mein Bruder vielleicht. Aber der guckt die Filme auch nicht richtig. Okay, das machen wir nicht noch mal. Komm, geh da runter. Das wäre repariert. Hab Zeit gut gemacht. Aber ich darf nicht langsamer werden. Krieg mal hin. Du wirkst in den 10 Millionen Helikopter. Jede Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Das Koppelis? Oh mein Gott. Das war übelst Klose. Das war ja übelst Büro, Slav, Alter. War ich zu langsam. Ich glaube, ich war zu langsam, ne? Jeder Sekunde zählt. Jede Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Ja, Mega. Das ist dann hier lieber. Okay, halt nicht, Bro. Jede Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Dicke, was ist das? Oh ne, sowas hasse ich hier, Alter. Wie soll ich denn da hochkommen ohne Damage kriegen? Das ist ja übelst eklig. So, jetzt mal. Mein Gott. Wieso war das so schwer? Jetzt können die New Yorker ihre häuslichen Streitigkeiten wieder in der U-Bahn austragen. Ja. Und die Notdienste sind gewährleistet, was auch wichtig ist. Na klar, klar. Logisch. Wenn das Netzwerk ausgefallen wäre, hätte Oscorp eine Menge zahlen müssen, um es zu reparieren. Sie werden die Station aufrechterhalten wollen. Harrys Projekt sollte gesichert sein. Okay. Perfekt. Fortnite. Ja, wir haben ja noch. Die Folge geht noch 20 Minuten oder so ungefähr. So, dann haben wir hier unten, ja, der Vogel noch, ne? Aber auf den hab ich keinen Bock. Okay. Ich würd sagen, wir gehen noch mal zur Hauptmission. Mal nochmal. Die Hauptmission eine Folge. Aber was für eine Folge, Digga, man. Die Hauptmission nochmal in der Folge. Guck mal, was sonst so geht, oder? Je nachdem, wie lang die ist. Faktisch, dass man jetzt schnell reisen hat. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Perfekt, man. Jetzt sind wir auch schon. Okay, was haben wir denn da schönes? Einen schönen Truck, Alter. Da oben wird geballert. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Oh. Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Toll. Kommst du klar? Ich komm klar. Oh, immer weg. Fisk-Gebiet einnehmen, ist ja auch eklig, man. Also diese Dämonen sind richtige Hunde, muss ich sagen. Höllenhunde. Haha. So, weg mit dir. Wird da schön kleben. Oh, ich glaub ich wurde gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Kurze Pause 3. Weiß nicht genau was das heißt. Aber hier. Die Spinne muss ich gar nicht selber steuern. Ich hab die deswegen gar nicht genutzt. Weil ich dachte, die muss ich selber steuern. Aber wenn ich das gar nicht machen muss, dann sollte ich hier vielleicht öfter sein. Das ist ja ganz gut. Das ist so ne kleine Drohne bei dir. Ihr habt was ihr wolltet. Ihr müsst uns auch nicht umlegen. Fisk's Territorium gehört uns. Nicht heute. Party. Oh nein, die Spuren sind auch ganz cool. Die sind keine Gadgets. Bist du der Schick? So, bist du der letzte Jahr, ne? Schön. Moin. Oh, dein Handy. Nehmen wir das nochmal an. Hi Willy. Du. Netter Overall. Nacht echt schlank. Halte ich aus meinen Geschäften aus. Warte. Die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer. Dann sag ich's dir vielleicht. Okay, dann retten wir deine Männer. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Okay. Wir haben eh keine andere Wahl. Ähm. Glaub ihr Fisk wird euch nicht finden? Ihr seid so gut wie Frauen. Er kann. Fisk wird euch krühen. Der wird euch aufdrehen. Ich will dich auch umbringen. Ich bin der fucking Spider-Man, Alter. Ich will den sechs von euch retten. Okay. Pinguinen. Einen hab ich. Ah, hier. Ich bin hier. So, ich bin weg. Ich bin weg. Oh, come on, Mann! Und weg, Digga. Oh, shit. Heli, Alter. Oh nein, ein Digga. Fetzack. Hey, Digga. Oh, wundern wir dir. Oh nein, die waren da auch gut. Oh nein, Leila! So, nochmal weg. Was ist da? Ja. Champion 1. Nice. Keine Ahnung, was das heißt, aber hey. Wahrscheinlich 30er-Kombis, oder? Ja. Ich schwinge besser außen herum, um nach Fisks Männern zu sehen. Ja. So. Komm schon, Alter. Ja. So, wir haben den Finisher gegen wir hin. Die 2. auch, komm. Alles okay? Die 2, Digga. Wir haben den dritten schon noch Saved. Ja. Ja, danke. Du musst die Überlebenden schnell finden. Ganz zu tief. Spidey, Bro. Oh. Oh. Zack, die wieder weg mit dem. Perfekt. Come on. Die sind alle fertig, die Schweine. Mist, da wurde ich erwischt. Wurde ich noch mal erwischt. Ja. Ich nehme den Zuck. Oh, NextToBD. Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die polizei Fettig, Eisrund fettig, spinnen wir eben, im Sonderzell So, dann machen wir den auch weg, tschüss Silly Oh mein Gott, wurde ein bisschen gedroppt, Alter Ja, mal weg So, das mache ich auch weg, Kollege, kein Problem, zwischen den Beinen durch, weg Bleibt da liegen Knapp Haben wir Oh, da kommt noch mehr Nein, der ist safe Fisk, deine Männer sind sicher Du bist dran, wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist der da, vielleicht aber auch nicht Schieh mal auf dem Dach nach Toll Jetzt geht er hoch, ist das Martin Lee bestimmt, oder? Der hat sich schon so verdächtig verhalten Ich weiß es halt leider nicht Das sieht aber auch aus Nein, bitte Asoziale Hallo nochmal Das müssen wir holen Tschüss Oh oh Oh, die krachen noch kurz im Runde, oder? Die krachen noch kurz im Runde! Nice Die bin auch noch gezogen Ach komm schon Nein, 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 nein! Nein! Oh, nicht gut! Gar nicht gut, Mann Wir müssen diesen krachen safen Los, los, los! Ich glaube, wir haben gesaved Ist das echt passiert? Ja Wir haben nen fucking Baukran Zwischen Hochhäusern gesaved Mir, wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet? Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert Warte ab, Yuri Ich schaffe das Bisschen kompliziert, ja Bitte, lass mich das schaffen Kann ja manchmal so schnell sein, Mann Unrealistisch Seh ich nicht Der wird stehen Ich hasse diese Verfolgungquests, die sind so nervig, ne? Woah, Raketen! Jetzt komm her! Der Helikopter zerstört die Stadt Ich weiß Du musst den runterholen Ich weiß Ich hole ihn auch schon runter Ich arbeite dran, Juri Ich meld mich Komm schon, ich muss ihn runterholen Spidey! Oh nein, Spidey kackt ab Jetzt zieh dich nochmal hoch! Das ist meine Chance! Endlich, Digga! Na toll! Bei uns läuft heute aber auch, ne? Au! Hoffentlich überlebe ich das! Ich hoffe die Leute, die in dem Haus überleben das! Hi! Ist das die Maschine nach Newark? Einer ist weg Ach was? Der hat doch gerade nicht Newark gesagt Der hat irgendwas anders gesagt, der Penner Ich muss die bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Ja! Digga, wie schnell durch das schlagen? Jetzt muss die Motore des Helikopters deaktivieren! Jetzt habe ich ihn Ein Motor ist aus! Jetzt der Zweite! Da rüber! Solli! Ich verarschen! Hallo rüber da! Hä? Welche Richtung musst du drücken? Da unten lang! So! Ja gut! Das ist euer Fasterplan! Fisk zu ersetzen? Fisk ist so der Anfang! So! Ja! Oben vielleicht beim Rotor nicht so sinnlich, ja! Schon schon! Ich brauche einen Plan! Und zwar schnell! Da zieht jemand ab! Ich schätze, das ist der Plan! Oh! Damn! Weg da! Juppie! Du schaffst das! 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 Oh mein Gott! Digga, was ist denn jetzt los? Alter, Pali in the Town! Und vermassel das nicht! Achso! Shit! Ja! Digga! Ich dachte, man muss wie eben warten, bis die Dinger da rein sind und dann drücken! Ich brauche einen Plan! Ich brauche einen Plan! Und zwar schnell! So! Schätze, das ist der Plan! Ich habe halt, ich war halt die ganzen Nebenlagen zu durch! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Wenn ich das Spiel auf 100% spielen will, dann nehme ich das neue... Dann musst du ja am Ende nochmal überall hin! Das wäre ja lau! Dann verliest du wieder den ganzen Spaß da dran! Die Masken sind echt toll! Wo habt ihr die her? Cool! Danke! Haben die eine Website? Wups! Hey, Juri! Ich habe die bösen Jungs! Aber... Besorgt ihr lieber eine Leiter! Lol, hier ist Miles! Mist! Ich bin zu spät! Kommst du? Was man jemals mal alles schon mal trifft! Nein, ich muss zum Rathaus! Zu Dads Zeremonie! Oh, stimmt! Sag deinem Dad meinen Glückwunsch! Das ist der Sohn von meinem Lieblingskorb, Digga! Das ist ja mega! Das ist einfach der Sohn von meinem Lieblingskorb, Digga! MJ! Hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen! Wo bist du? Ich wurde aufgehalten! Bin gleich da! Alles klar, Digga! Das liegt doch gut! Machen wir irgendwas hier, ne? Das ist... Eigentlich alles egal gerade! Obwohl, was ist das? Ja, ich will irgendwas... Ich brauche irgendwas, was mich hielt nebenbei! Das wäre ganz gut! Aber hier habe ich schon so weit durch, glaube ich! Das hackt ein bisschen! Wir haben jetzt noch... Ja, ungefähr sieben Minuten, Digga! Was machen wir so lange? Mission dauert, glaube ich, zu lange! Wir könnten mal schnell... Ja, wir könnten nochmal... Ja, ich... Wir gehen mal zur Katze und dann noch die Labor-Mission kommen! So, zack! Schmeckt! Flying to the moon! Nee, beenden lohnt! Wir haben ja noch Zeit, Digga! Die sieben Minuten, nimm ich nur mit! Safe! So, Katze! Oh! Black Cat war hier! Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe! Und haben sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein! Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was! Wo ist das Ding? Wir sehen es bestimmt wieder! Naja, wir machen ungefähr zwölf Stunden! Aha! Das ist die Wohnung von Ty Stone! Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst! Du spielst mit dem Feuer, Felicia! Aber da steht... Wartet! Na klar, steht hier raus! Denk ich mal! Keine Ahnung, wie gesagt! Ich kenne mir jetzt in diesem ganzen Super-Elten kaum nicht aus, ne? So! Times Square Reboot! Wir stellen hier überall energiesparende LED-Anzeigetafeln auf! Die Station überwacht ihre Arbeit! Ich hoffe, sie spart genug Geld ein, damit Oscorp das Programm weiter unterstützt! Okay! Typisch! Oscorp hat die technischen Daten ignoriert und die Spannung an den Anzeigetafeln erhöht! Wenn ich das nicht repariere, explodieren sie! Das ist natürlich toll! Menschen werden verletzt! Und das ist das Ende dieser Station! Meine Elektronetze versetzen den Monitoren einen Schlag und sie fahren herunter! Und ich habe nur wenig Zeit! Okay, kriegen wir hin! Und jede Menge Zielscheiben! Oh Gott! Spiderman! Mach ein Netz! Was ich auch nichts anderes als das Netz kenne, äh, kann, oder? Irgendwann wird es eine Anzeigetafel von mir geben! Und da steht nicht Landlage drauf! Nehmen wir da oben! Explosionen würden die Werbung interessanter machen! Eines Tages fliegen Geschmacklosigkeiten in die Luft, das wusste ich! Ich muss nicht die Reichweite für uns! Ich muss nicht die Reichweite für uns! Wann noch welche? Nein, ich habe mich übersehen! Schildermalerei könnte man wieder einführen! So, da hinten noch einer! Tür wird weg! Verdammt! Was trifft das Ding jetzt? Es ist egal, ob er es nicht trifft! Nichts gibt es doch nicht! Stütz jetzt! Ist das jetzt weit oben, oder was? Nein, jetzt hier geht nicht fest! Oh nein! Komm da hoch! Och, Mann! Och! Stress! Die Elektronetze versetzen den Monitoren einen Schlag und sie fahren herunter! Jungen, ich mach nicht länger! Und ich hab nur wenig Zeit! Wie geil, als ob der von unten eigentlich das Ding getroffen hat! Ist doch scheiße! Tut mir leid! Was für ne Reichweite, Mann! Äh, Reichweite, Mann! Junge, was ist denn das für ne Range? Das ist ja low! Jetzt zählt! Weil oben ist noch einer! Jetzt geh doch mal nach hoch! Explosionen würden die Werbung interessanter machen! So! Eines Tages fliegen Geschmacklosigkeiten in die Luft, das wusste ich! Jetzt geh mal nach oben! Und das ist ja auch mal nach oben! Ich hab ein Foto! Die Linie auf irgendeinem zu bannen, sonst wird es eine Anzeigetafel von mir geben! Und da steht nicht Landplage drauf! Ich muss jeden Monitor einzeln treffen! So, reicht das jetzt oder was? Schildermalerei könnte man wieder einführen! Meine Fresse, Alter! Die Gefahr ist vorbei und jetzt müssen die Anzeigetafeln korrekt eingestellt werden! Und sie haben viel Geld eingespart! Das ist wohl Auskorbs Hauptanliegen! Vielleicht ist also die Station aus dem Schneider! Hoffen wir's mal, ne? Wie gesagt, diese Stationspersonen zacken einfach! Aber egal, damit sind wir am Ende der Folge! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Haut rein und bis zum nächsten Mal! Ciao, Alter! Was war denn jetzt los? Warte mal! Hallo? Hä? Wieso haben wir Black Screen? Ciao, Alter!